Eine leistungsfähige und flächendeckende Breitbandinfrastruktur ist die Grundvoraussetzung für eine sich weiterentwickelnde Wirtschaft und die Sicherung des sozialen Wohlstands in Deutschland. Menschen, die in ländlichen Gebieten wohnen, dürfen nicht davon ausgeschlossen werden. Die Politik hat die Verantwortung, rasch die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel die Vergabe der 700 MHz Frequenzen, ohne die die Breitbandausbahnziele in den ländlichen Gebieten nicht zu erreichen sind. Untertitelung des ZDF, 2020